Herzlich Willkommen wieder bei einem neuen kurzen Video. Jetzt nenne ich Gründe, warum der Eifer-Clan es nicht mehr gibt. Grund 1. Eiferstein war immer, immer nicht so schlau. So eh an manchen Stellen hatte schon ein paar Kämpfe gewonnen, aber nicht die richtigen. Also das ist der erste Punkt. Eiferstein hat nicht so gut gemacht, dass die Leute ihn mit ihm befreundet sind und ihn mit ihm den Eifer-Clan machen. Und zweitens, da waren auch nicht so viele Leute drin. Am Anfang gar nicht nur Russik und Candy. Und drittens, es war bei YouTuber 1.0 war am Ende der Eifer-Clan ziemlich groß, kann man sagen. Aber die Leute waren da nicht besonders gut im PvP. Außer Russik. Der war gut im PvP. Er war auch nicht so Pro-mäßig unterwegs. So. Und dann will ich das heutige Video beenden. Und ich hoffe das hält euch gut her. So.